Was wir das mit Reuters geerbt haben. Sunset Motel in den Badlands. Mission aktualisiert. Live during wartime. Sprich mit Helmen. Bevor wir das machen, gucke ich jetzt mal kurz. Okay, wir müssen möglichst bald mal hier was abdrücken. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, bevor wir hier weitermachen, gehen wir jetzt erstmal kurz raus. Ah, okay. Also, ich würde fast sagen, ich spreche jetzt erstmal mit ihm. Ein Motel mitten im Nirgendwo. Russland. Ich will über den Biochip reden. Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Ist das gescheuert? Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Ich habe ein Problem und du wirst mir helfen. Nö, ich habe kein Angebot. Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Deine Tech versucht mich umzubringen. Ich habe Silverhands Struktur in meinem Kopf. Nö. Deine Tech versucht mich umzubringen. Bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Oh ja, kriegst du. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen? Nee, mach mal nicht. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job. Aber die Klientin hat mich hängen gelassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebooted, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Tja. Arasakas Premium Tech hat echt die Straße erreicht. Das kannst du laut sagen. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Ich weiß, man kann sie nicht einfach rausziehen. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einen verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Die halbe Welt. Oder dachtest du, ein Kang Tower AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen. Wie unterscheidet sie sich von der normalen? Was macht diese Version anders? Ein anderes N-Gramm? Mit etwas mehr... Was sein? Aggressivität? Der Biochip ist das einzigartige. Nicht Silverhands N-Gramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten N-Grammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja! Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein N-Gramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Falls ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Okay, also ich verstehe das jetzt so, dass N-Gramm soll aktiviert werden und im Prinzip den Körper übernehmen und das alte Bewusstsein mehr oder weniger deaktivieren. Sag was! Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das N-Gramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Test hingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Äh, wer könnte sich diese Version des Biochips leisten? Was kostet die Unsterblichkeit? Naja, Arasaka halt. Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Äh, muss ein Glückspitz sein. Deine Tech funktioniert. Gratuliere, jetzt hol sie raus. Oh, was hab ich doch für ein Glück. Nee, Glückspitz hab ich gemacht. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Ich vertraue dir nicht. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Helme einen Biochip ansehen lassen. Okay. Okay. Hoffentlich baut er keine Scheiße. Ich sag's euch. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob. Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Hm. Im Hotel. Nee, Motel. Mitten im Nirgendwo. Beeindruckend, wie? Was ist? Was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Woho, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Alter. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Du sagst, das Projekt sei in einer Testphase gewesen. Moment. Du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird. Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Naja, ist ja nicht so, als könnte man es nicht umprogrammieren. Also wird das Engram früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Oh ja. Was genau passiert mit mir? Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Spaßig. Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören? Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich will hier nicht über Philosophie reden. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Gut, genug davon. Nee, ich... Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Er redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Kommunizieren. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Was meinst du? Er hat keine Kontrolle über mich. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über mich. Stimmt absolut. Du bist echt ein verdammt Stuhl. Von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur langsam, aber sicher. Äh, was meinst du? Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wechser. Und ich soll dich angemessen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht siehst. Was? Bist du bescheuert? Wenigstens hat Johnny sich nie für Geld ficken lassen. Guck genug davon, ne. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich warten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Moment. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf. Der Anzug versucht dich zu belabern. Hm. Gut, genug davon. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Was? Versuchen reicht nicht. Versuchen reicht nicht. Verdammt. Ich glaube fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Ja. Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Ich habe mir gerade zugegeben, dass du recht hast. Fick mich und gib mir Tiernamen. Äh, okay. Das ist ziemlich genau das, was, äh, wie der neue Titel heißen könnte. Das kostet meine Zeit. Du hast keine Zeit mehr, du bist tot, mein Lieber. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Ja, zum Beispiel. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Wird rekonstruiert. Ein Grammbehälter. Für die Verletzungen. Hm. Relic 2.0. Night City, Arasaka, oder boah? Daten erhalten, analysiert 90% der Daten. Äh, okay. Was hast du mit ihm vor? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst dich. Ich kann sehr spontan sein. Okay, Goro, er gehört dir. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Wie war diese Hitze? Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Verlass den Raum. Hat Vy dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst noch sehen. Von mir bekommst du Eimerweise. Nein. Es geht schon. Ah, was zum... Fuck! Setz dich hin, verdammt! War das der Biochip? Ja, natürlich. Was sonst? Aufstehen oder ich bin schwanger. Natürlich war es der Biochip. Nein, du warst das. Du Bastard. Nein. Bin bestimmt Schweine. Aha, mach nur Witze. Sieht aber richtig nicht fertig aus. Fuck! Warum jetzt eine rauchen? Das verstehe ich nicht. Was machen die zwei da? Das war die Pumpe. Oh, dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Ah, das Acker ist scheiße. Bla, mich Kursi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Ah, das nervt. Nicht rauchen. Hoffe nicht, du bist ein Arsch. Tja, tolles Ansatz. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn es sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Warum sollte ich? Aber ich mag dich nicht mal. Das Problem ist, dass du glaubst, der Zweck heilige die Mittel. Ich weiß ja nicht einmal, wohin ich will. Hm. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich warf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Eine Atombombe, hallo. Ich habe sage genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Du bist auch eine Killerin. Fakt. Geht es dir um das Ausmaß? Mhm. Fakt ist, ich habe einen Irren in meinem Kopf. Wir verdienen einander. Du bist unberechenbar, doch will ich hinaus. Herrgott, der da hinten soll mal seine Freundin ins Bett bringen, wenn die nicht mehr stehen kann. Alles ist so abgefuckt. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Mhm. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Wie war es, als du gestorben bist? Verrauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke. Bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte. Leere, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Wieder ein Arschloch. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi hast. Du hattest es nicht besser verdient. Warum hat Arasaka diesen Ort gebaut? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur ein Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Haha. Ich hätte bestimmt auch einen Eingraben. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinander nehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Hm. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi hast. Du hattest es nicht besser verdient. Hm. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi hast. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Erzähl es mir. Ewigkeit, Mikoshi für immer. Das wird dir recht zu sterben genommen. Weil sie niemand anderen machen können. Weil sie... Weil die an Menschen herumfuschen. An ihrem Bewusstsein. Das machen sie auch in den Konzernlaboren. Nein. Es ist was anderes. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen. Und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Was machst du gerade? Meine Identität wegnehmen. Tfix. Okay, das reicht. Gehen wir. Mission live during wartime abgeschlossen. Was war da? Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich bekommen? Da warst du. Schöp gelernt, Alter. Schöp gelernt. Ich wollte jetzt eigentlich die Sachen hier verkaufen. Wo ist denn das Ding? Bist du, Deppert? Da ist es. An der Straßenseite scheinbar. Aha. So, verkaufen. Gut. Also, wir machen aufsteigen. Das heißt, die schlechteste vorne weg. So, Tech-Scharfschätzung. Kommt weg. Das kommt weg. Da. 809. Nee, nee. Das brauchen wir auch nicht. Alles, was wir nicht brauchen, kommt weg. Das kommt mit Sicherheit nicht weg. Die kommt weg. Smartpistole kommt weg. Das kommt auch weg. Weg. Boah, das gibt richtig viel Asche. Die Smartpistole haben wir noch. Schaut mal an, wie viele Smartpistolen wir haben. Kommt alle weg. Okay. Okay. Power-Shot-Flinten kommt auch weg. Shit, habe ich jetzt gerade... Habe ich jetzt gerade irgendwas verkauft? Kacke, jetzt hätte ich gerade mein Smart-Stummgewicht. Ich dachte es mir gerade, hä? Irgendwas war das anders. So, die Smart-Pistole mit 254. Smart-Shot-Flinten. Smart-Shot-Flinten. Und die habe ich. Die doppeläufige verkaufe ich auch. Die brauche ich auch nicht. Die taugt mir überhaupt nicht. Okay, jetzt haben wir eigentlich ganz coole Waffen mit am Start. Präzisionstechnik-Gewehr. Das lassen wir auch mal drin. Finde ich auch ganz cool. Das Sturmgewehr. Ja, ja, eigentlich können wir... Das ist halt ein Smart-Stummgewicht. Ah, lassen wir es mal drin. So, Messer kann man eigentlich... Boah. Das ist jetzt schon fett. Schaut es mal an. 618. So, was kann man hier... Was ist denn das? Kann ich da noch an? Kampf-O-Z-Mang. Mang-Gang. Boah, ist der hässlich. Den verkaufe ich ohne anzuprobieren, ohne alles. Das ist einfach nur hässlich. Ultra-leichte Sixth Street Ring-Jacke. Die haben wir auch weg. Hier haben wir eine neue Pilotenbrille. Silberne Hybrid-Polymer-Militär-Pilotenbrille. Die ist sehr gut. Klingt, muss ja nicht hässlich sein. Das ist vollkommen richtig. Die alte behalte ich aber trotzdem erstmal noch. So, hier können wir... Äh, was ist das? Verringernd? Alles weg. Das Alkohol, glaube ich. Alles weg. Was ist das denn? Hydration, Sättigung. Ah, den Rest kann man alles weg haben. Weg. Alte Pizza da. So, passt. So, 139 wiegen wir jetzt noch. Ja, ist klar, weil wir... Achso, Junk. Bei 90. Nein, gut, das hat nicht viel gebracht. Oh, haben wir viel. Ey. Was ist das denn hier? Oh, Verstärkung rufe. Ruft ein Feindesystemmitglied dabei. Achso, das brauchen wir nicht. Und die Schlagkutsche. Ich schaue nur, ob wir... Oh, das ist das Neue. Nicht tödlich. Verseuchung. Ich habe gesehen, dass da irgendwas Neues dazu kam. Äh, dauert sieben Sekunden. Speicherkosten. Wir können mal gucken. Dreimal Kurzschluss haben wir. Cyberware-Störung. Audioshock. Ping. Überhitzen. Bestärkung rufen. Das kann man eigentlich weghauen. Audioshock. 43,5. 43,5. Dauer zwei Sekunden. Abklingt Zeit. Zehn. Wo ist der Unterschied zwischen dem... Achso, hier haben wir noch... Hindert das Ziel daran, seinen Verbündeten über eine Aktivität zu kommunizieren. Hindert das Ziel... Da ist noch... Ach. Schließt das Ziel aus... Schließt das Ziel aus dem Auditiven, wie sein Wahrnehmungssystem, seine Verbündeten aus, sodass von diesen ignoriert wird. Kurzschluss. Die ist gut. Ja, den anderen Kurzschluss. Hier können wir raushauen. Hier haben wir noch, äh, physischer Schaden. Zweimal. Noch einmal verkaufen. Langsamer Rotor. Verkaufen. Das ist alles... Gut. 50.000. Auch nicht schlecht. Transfer 9.400 Dollar. Das ist den... Okay, Fahrzeug kaufen. Wir können den dann mal ausprobieren. Jetzt speichern wir erstmal. Gut. So. Gespeichert haben wir gerade. Gucken wir uns die Kiste mal an. Ach, das ist auch wieder so ein... Oh Gott, ey. Da kann er gar nichts. Er ist nicht einkommen. Danke. Danke. Ah, da kann er gar nichts. Ne, ne. Das machen wir nicht. Das ist nichts. Nee, nee. Lass gut sein. Dakota, lass gut sein. Weil das ist ja... Das ist ja gar nichts. Also der... Also... Da bin ich ja zu Fuß schneller unterwegs. Da bin ich zu Fuß schneller unterwegs. Das geht auf keinen Fall. Inakzeptabel schlecht. Ganz einfach. Inakzeptabel schlecht. Mehr so genäht. Gut. Zum Glück haben wir gespeichert, weil das ist ja Bullshit. Ähm... Was tun wir denn jetzt? Geh auf anderen Hinweisen nach oder warte, bis Takemura bereit ist. Ich mach das jetzt anders, tatsächlich. Kann ich noch irgendwo hingehen? Hola. Na, was geht? Hallo. Tschüss. Habe ich kein Fahrzeug hier? Achso, wir haben jetzt eh ein neues Fahrzeug. Das Motorrad von Scorpion. Aber... Ich würde fast vorschlagen... Ah, wobei... Nee. Komm, wir fahren mit dem Motorrad. Autonome Navigation von Delamain. Ich wollte eigentlich das Motorrad. Okay. Äh, was war das? Neun. So, jetzt gucken wir mal auf der Karte, wo wir denn sind. Ach, wir sind ja eh hier. Kommt uns das mal kurz an. Wenn wir eh schon hier sind, dann können wir danach das hier mal machen. Ah, was sehen wir da? Charakter. Händische Fähigkeit. Zack. Die brauchen wir fast immer. Ah, was sehe ich da? Sorry. Wir haben ja noch hier ein Ding ins... Äh, hier. Für Gewehre. Und das machen wir gleich nochmal. Damit wir nochmal den Schaden erhöhen von Gewehren. Wer weiß, was auf mich hier wartet, das ist eh eine gute Frage. Was sind wir denn hier für Fahrzeuge? Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Äh, was ist mit hier los? Hey, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit über den ganzen Kram mit Soul, über Mitch, Scorpio, über die Familie, die ich hatte, äh, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass das alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber scheiße. Ich bin, bin ich wirklich frei, weil ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte. Dann laufe ich doch noch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Okay, vielleicht hat der Mitch recht und du sollst zurückgehen. Okay. Hm, total hilfreich. Sag mir nächstes Mal doch einfach, dass es dir am Arsch vorbei geht. Tut's nicht. Sorry, ich ruf dich an. Hast du dich mit Rogue versöhnt? Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Keine Komplikation mit Kanktau. Keine Komplikation mit Kanktau. Bleibst du bei den Alte Kaldus? Hast du dich schon entschieden? Was meinst du? Die Alte Kaldus. Gehst du zurück? Der eine Teil von mir will nur die offene Straße runterheizen und nie zurückblicken. Der andere Teil von mir will bleiben, aber im selben Raum wie Saul. Ich weiß einfach nicht weiter wie. Du hast Freunde da. Es soll nur eine ausreden. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Du redest, als ob du da keine Freunde mehr hättest. Was ist mit Mitch? Ich weiß, aber... Okay. Gleich erzählst du mir, dass keine Familie perfekt ist. Und damit hättest du sogar recht. Aber ich will mir selbst treu bleiben und rausfinden, was ich will. Und wovor ich Angst habe. Hm. Wir sehen uns später. Oh, mich ärgert. Wisst ihr, was ich mache? Sorry, Leute. Sorry. Aber ich versuche tatsächlich mit der... Mit der... Mit der... Ja, mit der Guten hier eine Beziehung aufzubauen. Und da ist es halt scheiße, wenn ihr sagt, es geht dem Asch vorbei. Gerade ein E-Mode gewesen. Na dann, zeig doch mal, Thomas. Gerne per Discord. Würde mich interessieren. So. Also, der Charakter müssen wir jetzt auch nochmal ausrüsten hier. Und dann wollte ich hier das nochmal. So. Dann sind wir jetzt nochmal hier up to date. Und dann werden wir... Äh... Der Guten... Äh... Äh... Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will. Aber... Scheiße. Ich... Bin ich wirklich frei? Wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte. Dann laufe ich doch immer bloß davon. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hat der Mensch recht, nur sollte zurückgehen. Das alles ein für allemal klären. Und selbst wenn, was ist mit Soul? Ich kann ihn nicht ändern. Und ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also, bitte halte mir keine Vorträge über Kompromisse. Das wollte ich nicht. Aber glaub mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt. Das wirst du schon sehen. Ja, ist eine bessere Lösung, wie ich finde. So, Aftplan. Wir treffen uns. Ähm... Warte dort. Okay, haben wir noch irgendwelche offenen Nachrichten? Ne, haben wir nicht mehr. Fast. Ups, bremsen! Das war knapp. Er ist ein Drachen-Sanatiker. Okay. Okay. Wer weiß, was hier auf dich wartet? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Das ist ganz schön der Zipfi-Klatscher. Und ich werde den mal ordentlich jetzt einen Kurzschluss verbraten. Ach ne, Kontrollenübernahme über die Kamera. So. Ey, lass das Geschütze in Ruhe. Wo ist der hin? Hier ist er. Ach, verdammte Axt. Ey, wo ist mein Kopf hin? Äh, lol. Ach, da ist er wieder. Ich dachte schon, ich habe jetzt keinen Kopf mehr. Ah, okay. Ich finde das in der Tat etwas witzig sogar. Shit. Äh, die schießen auf mich. Okay, das ist ein Netrunner oder sowas. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Aber irgendwie ist mein Kopf weg. Machen wir erstmal ein Breach-Protokoll. 5, 5, 5. Können wir nicht machen. Dann fangen wir mit 1C, 9E, 9E. Äh, 1C, 9E, 5, 5. 1C, 1C, okay. 1C, 9E, 5, 5, 5, 1C, 1C. Das wird nichts mehr. Shit. Äh. Ja, genau. Ohne Kopf können sie mir natürlich nicht mehr in den Kopf schießen. Das ist richtig. Das ist natürlich äußerst praktisch, ehrlich gesagt. Noch ein kurzes Lange ist ja eh vorbei. Was ist denn? Ich bin gar nicht öfter neugierig. OK. Halt und weiter! Oha, ist das mir die da ne Waffe? Hm, hm, hm. So, einer weniger. Keine Ahnung wie viel. Wow. So, meine Ahnung. So, meine Ahnung. Was ist das? Achso, dass sie geschützt haben. War jetzt hier noch irgendetwas oder nicht? Was ist das? Ach ne Pulsar. Wir überlassen hier. Oh. Bin ich schon da voll? Ne doch. Jetzt schon wieder voll? Ne. Wieso rennt der nicht mehr? Wer sind hier noch welche? Ich bin heraus, wie die Drohnen abgefangen wurden. Welche Drohnen? Ich sammle erstmal. Ich bin noch fleißiger Sammler. Spielen wir jetzt etwa verstecken? Natürlich. Ui, Headshot. Was ist das eigentlich für eine Waffe auf einmal? Wieso hat der auf einmal eine ganz andere Waffe in der Hand? Ich verstehe das nicht. So, Präzisionsgewehr von mir, oder? Hä, das passt doch aber. Hä, das passt doch. Hä, das passt doch nicht. Aber, hier ist das nicht erwertet. WURPFIT! Das war's für heute. Ah, okay, deswegen. Und deswegen konnte ich auch nicht mehr rennen, weil das Ding so schwer ist. Jetzt verstehe ich's. 173 Schuss, die hat, glaube ich, noch mehr. So, da können wir aber hacken. Ich will uns eben mal verlinken und mal kurz hacken. Dollare, so, 1C, 1C, 5, 5, 5. 1C, BD, 1C, BD, 5, 5, 5, 5. 1C, BD, 5, 5, 5, 5. 1C, 1C, 5, 5. Alles gehackt. Nice. Was haben wir da? Ah, Komponenten, okay. Also doch keine Euro-Dollar, sondern Komponenten. Naja, macht auch nix. Nehme ich auch. So, haben wir hier noch irgendwas? Hallo, ich bin hier. Ja, na, ha. Witzki oder Wodka-Flaschen? Können wir's mal aus den Runden filmen? Töne ich auch. Ist jemand? Geld. 102 Dollar. Noch mehr Dollar. Oh, da war gar kein Dollar. So, benutzen. Bevor wir das machen, schauen wir mal hier ein Breach-Portokoll machen. So, 1C, BD, 5, 5. Geht nicht. 5, 5. Nehmen die 1C. BD, 5, 5. BD. So, ah, ne, nein, nein. Ausklinken. Ich will's erst pingen. Vielleicht kriegen wir noch mehr. So, hacken. So. Dann ist das jetzt gebracht. Keine Ahnung. Nachrichten. Den Virus. Virus im Anhang, leichte Anwendung. Steckt ein Split in die Steuertafel. Der Antenne und den Sender im Ast sind für kleine Kanäle. Und ich bleibe bei Problemen einfach. Äh. Oben auf dem Dach. Aber nicht mehr lange. Ja. Die werde ich gleich mal hier, äh, eliminieren. Also was ist gut, dass wir erst hier waren. Natürlich. Wir können nämlich jetzt hier erst alle erstmal, äh, Informationen abstauben. Und wir wissen jetzt auch, was das zu tun hat. Äh, was wir wissen jetzt auch, was wir damit zu tun haben. Moment, da drinnen wir auch im Aufgang. Ja, da drinnen wir auch im Aufgang. Ja, da drinnen wir auch, das ist das Gleiche. Aha. Was zum Futtern. Wir gehen höher. Höhe weiter, immer weiter, immer höher. Jetzt hast du, Licht. Und Licht. Ach der Typ, der oben lebt immer noch. Na gut, aber nicht. Machst du jetzt der letzte oder wie? Da rein soll ich gehen, aber wir machen das mal. Ah ok, du warst schon mal der letzte. Was war das jetzt? Reparierte Zoll, Winterstiefel, ok. Oh Dollar, Dollar immer her damit. Das Problem lesen wir, Boss, wir haben ein Problem, entweder verdunsten unser Stoff auf wundersom Wald, so jemand bedient sich. Heimlich frei ist, ob der eingebrachter Nebendienst können, wir möchten in beiden Fällen darum. Wow, 2800 Dollar gab das gerade. Die nehmen wir natürlich sehr gerne. Oh, alles gut, alles gut. Haben wir alles hier mitgenommen, geklaut, jawoll ja. Was war hier noch? Sehr gut, immer höher, immer höher. Und da dürfte eh niemand mehr sein. Das Problem gelöst. Den hat es zerrissen. Auf wunderbare, äh, wundersame Art und Weise. Oh, was war das denn? Abstraktes Gemälde. Hier oben? Was macht denn das hier oben? Äh, ich fragte mal lieber nicht. Streetcreds kriegen wir, wenn wir die Leute umlegen immer. So. Die Transmitteln. Pingen. Sie erinnern mich an. An was? Frühjahr 2020 haben wir die für freie. Ender benutzt, um Hardcore Punk auf Bullenradius dröhnen zu lassen. Lol. Im Leid sollte man lieber ein Ende bereiten, ein für allemal. Wenn wir die Waffen schon haben, können wir sie auch ausnutzen, oder? Einmal, aber dich krieg ich nicht, oder? Doch. Ich weiß nicht, wie bist du. Shit. War zu weit. Kap du. Das war zu weit. Auftrag fliegende Drogen. Mission aktualisiert. Belasse den Außenposten und das werden wir auch noch ausschalten. Trickhacks. Auch wieder. Nice. Eigentlich nice. Dann haben wir noch eine Antenne, die wir hacken können. Knautsch. Verlinken! So. Mal gucken, was wir hier rausholen können. 5 5. 1 C. 5 5 5 5 5. Dann ist der auch mit abgedeckt Dann können wir das obere noch machen So, können wir aber nicht Müssen über den oberen einsteigen 1C, 1C BD Okay, 1C, 1C BD Hmm 5, 5 5, 5, 1C, 5, 5 5, 5 2060 60 nochmal dazu, nice Ja, kann man machen, oder? Hier waren wir ja auch schon Wir müssen raus Und dann können wir unseren Charakter auch gleich wieder Weiter aufrüsten Ich möchte das Auto eigentlich nehmen Aufmachen So, machen wir es drin Und dann können wir uns